Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dein Lieblings-Podcast und gleichzeitig der interreligiöse Podcast des House of One. Und unser Thema heute ist jung und religiös. Ich bin Maike, neben mir sitzt meine Co-Host Kübra. Und wir haben heute einen Special Guest und freuen uns riesig, denn Leni ist bei uns. Herzlich willkommen. Hi, ich freue mich so. Wie schön, dass du da bist, Leni. Wir sprechen über jung und religiös. Und du bist jung, jüdisch und wirst Rabbinerin. Und du lebst in Berlin. Kübra und ich, wir kennen dich auch. Wir sind miteinander unterwegs und begegnen uns hin und wieder. Und heute bist du unser Special Guest. Was sollte zu dir, zu deiner Vorstellung noch gesagt werden? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich selber vorstelle, weil ich glaube, so Studium macht so einen großen Teil des Lebens aus, dass ich manchmal gar nicht genau weiß, was taucht überhaupt noch in meinem Leben auf, was vielleicht relevant wäre. Aber vielleicht auf der einen Seite mache ich ja auch alltägliche Sachen, so wie Waschen, Einkaufen, zum Sport gehen. Und auf der anderen Seite, wenn es so um Judentum und Religiöses geht, dann vielleicht, dass ich immer versuche, so queer und queer-feministische Sachen mit Judentum zusammenzubringen. Immer viel mit Menschen im Gespräch zu sein, weil ich denke, wir brauchen die Perspektiven der jüdischen Menschen, um zu verstehen, wie jüdische Zukunft gebaut werden kann. Und ja, ich bin sehr viel und sehr gerne unterwegs, verbringe viel Zeit in der Deutschen Bahn, meckere nicht so viel über die Deutsche Bahn, weil es irgendwie nichts bringt. Und ich mache das gerne zu meinem Büro und reise einfach gerne. Ich würde sagen, du bist auch im Internet und auf Social Media unterwegs, denn darüber kenne nicht ich. Ja, man munkelt. Ihr könnt gerne Leni folgen und ihr findet Leni auf Instagram als Leni Lafayette, richtig? Genau, genau. Das ist mein Künstlerinname, selbst erfunden. Toll. Jung und religiös, du bist häufiger in Podcasts und in Dokus auch eingeladen gewesen oder hast daran teilgenommen und wurdest zu diesem Thema angefragt. Was wirst du eigentlich immer dazu gefragt? Wie kommst du dazu, Rabinerin werden zu wollen? Und was ist dann deine Antwort? Bist du genervt? Ist das genau eine Frage, die dich irgendwie stört? Und was ist deine Antwort dazu? Ich glaube, es stört mich gar nicht, um erstmal das zu beantworten, weil es ist ja klar, dass es einen interessiert. Und ich kenne es ja auch selber, wenn Leute Sachen machen, die ich spannend finde, dann frage ich ja auch, wie kommst du dazu? Also muss man das ja auch einräumen, dass es eine vielleicht spannende Frage ist. Und ich glaube, ich erzähle dann einfach immer ein bisschen verschiedene Antworten, was ja auch lustig ist, wenn die Leute sich treffen würden und sich austauschen. Aber es ist ja auch so, dass im Laufe der Zeit, ich studiere jetzt ja schon fünf Jahre lang, habe meine Ausbildung auch fast abgeschlossen, hat sich ja auch die Antwort irgendwie geändert, weil ja einfach immer neue Dinge dazukommen. Aber damals war das so, dass ich nach meinem Abitur habe ich einen Freiwilligendienst so ein Jahr gemacht, in dem ich erst mal darauf kommen musste, was ich machen möchte. Ich wusste das nämlich gar nicht nach der Schule. Und es haben dann so sehr viele Sachen mir dann so den Weg, dem Pfeil gezeigt, dass das vielleicht eine Richtung sein könnte, auch wenn ich sie nie vorher in Betracht gezogen habe. Und der Hauptgrund war, eben aktiv daran teilzuhaben, jüdisches Leben in Deutschland aufzubauen, zu fördern, zu kreieren und einen Teil daran zu haben, also als Person. Und vielleicht auch aus einer Perspektive, die andere nicht haben, nämlich aus dieser rabbinischen. Und damit auch das Rabbinat diverser zu machen. Denn es kann ja diverser in vielerlei Hinsicht sein. Und damals, weil ich eben noch sehr jung war, jedenfalls für diesen Ausbildungsweg hier in Deutschland, dachte ich aber, schadet ja auch nicht, eine junge Perspektive mit reinzubringen. Es ist ja auch Diversität. Ja. Ich bekomme das ziemlich häufig entgegengebracht. Und das wäre auch interessant, wie die Reaktionen bei dir sind, Kübra. Denn bei mir ist das ganz häufig so, was? Du bist Pfarrerin, du bist so jung. Und kannst du überhaupt so fromm sein? Glaubst du überhaupt dann richtig an Gott? Weil anscheinend clashen diese Punkte, Frau sein, sowieso, darüber haben wir schon häufig gesprochen, aber auch jung sein und religiös sein, stehen sich anscheinend irgendwie im Wege. Und ich finde das auf einer Ebene nachvollziehbar. Denn ja, die öffentliche oder gesellschaftliche Wahrnehmung ist tatsächlich so, dass wir zum größten Teil, wenn es um Religion geht, Männer wahrnehmen. Alte Männer, die irgendwie ihre Religion repräsentieren. Und junge Menschen, Jugendliche, Frauen oder Kinder kommen so wenig und gering vor im Vergleich, wenn es um die praktizierte Religion oder auch die Wissenschaft oder die Theologie oder so zum Beispiel geht. Ja. Wird dir das auch entgegengebracht, jung zu sein? Und kann man dann überhaupt richtig gläubig sein, fromm sein? Wie kannst du dann Rabbinerin werden in so jungen Jahren? Ist ja auch die Frage, wer entscheidet denn eigentlich, was gläubig und fromm sein ist? Also ich würde sagen, es ist ja auch was, was du privat für dich entscheidest. Und um dem so ein ganz krasses Gegenbeispiel entgegenzusetzen, wenn man zum Beispiel in Kindergarten schaut, in jüdischen Kindergarten, dann sind da ja Kinder, für die das so wichtig ist, dass freitags Halle gebacken wird, für Schabbat das Brot, dass freitags zusammen Kerzen gezündet werden. Und ist das dann nicht vielleicht deren Art und Weise, mit ihren vier Jahren Religiosität und Glauben zu erleben und zu fühlen und zu lieben? Und wer können wir dann sein, das Kindern oder jungen Menschen oder alten Menschen abzusprechen? Weil ist es nicht einfach in jedem Alter was ganz, ganz anderes Individuelles? Ja. Ich vernehme auch häufiger von älteren Menschen aus, generell aus Kirche, ja, wie können wir junge Menschen erreichen? Wo sind denn die jungen Menschen? Wer wird das denn mal weiterführen? Sie scheinen irgendwie nicht da zu sein. Und ich meine aus meiner Wahrnehmung und Beobachtung, sie sind da, aber an anderen Orten. Und vielleicht können sie diese eine Tradition oder dieses Fest, das schon immer so gefeiert wurde, auf diese Art und Weise nicht feiern, sondern eben auf ihre Art und Weise. Aber sie sind da. Und warum gehen denn die Alten nicht an die Orte der Jungen? Warum müssen die Jungen an die Orte der Alten? Und warum sind das eigentlich so krasse Gegensätze? Das ist schon interessant. Ich glaube, gerade jetzt bei den Jugendlichen, wenn ich jetzt so irgendwie moscheetechnisch denke, es gibt eine Überlieferung des Propheten Friede. Sei mit ihm. Das heißt, wenn ihr keine Kinderlaute oder eben Stimmen in den Moscheen hört, dann sollt ihr schon ein bisschen Angst darum haben um die Nachfolgegeneration. So einerseits haben wir jetzt diese Überlieferung und andererseits gibt es jetzt aber Menschen, die, wenn sie Kinder in der Moschee haben. Also Kinder in der Moschee heißt, es ist Teppichboden, es ist warm, es ist eine ganz weite Fläche, manchmal mit Balkon, manchmal mit Vorhängen. Und was macht man als Kind? Man rennt. Das ist so ein tolles Gefühl. Man macht Purzelbäume. Wir hatten bei unserer Moschee so einen Vorhang zwischen Männer und Frauen und das ist so ein ganz großer Vorhang. Und wenn du da drunter rennst und nimmst dir den Vorhang mit, das ist so ein tolles Gefühl einfach. Und wenn jetzt ältere Menschen kommen und sagen, ja, das gehört sich nicht in der Moschee, verhält man sich nicht so, macht man nicht so, dann kommen die Kinder natürlich nicht in die Moschee. Und da muss man, glaube ich, auch anschauen. Also nur weil irgendwie Kinder in der Moschee rennen, ein bisschen laut sind, keine Ahnung, Purzelbäumchen machen, sollte das eine Freude bereiten. Weil man sieht dann, okay, die benutzen auch diese Räumlichkeiten. Und auch das ist erlaubt. Und da auch nochmal anzusetzen. Und es gehört sich nicht nur, dass man nur sitzt und nur leise ist. Dass man da auch vielleicht auch die Räumlichkeiten für Kinder auch so ein bisschen mitgestaltet. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich finde, eine Moschee ist auf jeden Fall sehr hin zu Kindern gestaltet. Also ich meine Teppichböden und große Vorhänge. Das strahlt schon einen absoluten Spaß aus, eine absolute Freude aus. Und Kirchenräume sind eher unattraktiv und weniger für Kinder gestaltet. Also es ist irgendwie ein Steinboden oder Fliesen. Es ist eher kalt. Starre Holzbänke, die vielleicht nicht unbedingt an diese Tür angepasst sind. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, würde ich auch sagen, zu schauen, wie können auch bestimmte Momente des gemeindlichen Lebens so gestaltet werden, dass Kinder im Mittelpunkt sind und eben nicht die älteren Menschen. So schweifen wir ein bisschen ab. Wie hat das denn bei euch angefangen mit eurem Glauben? Und da würde ich mit dir anfangen, Leni. Würdest du sagen, bist du in einer jüdischen Familie, in einer jüdischen Familie aufgewachsen, warst du schon immer religiös? Also religiös finde ich ein schwieriges Wort. Vor allem so, wenn man zurückblickt auf seine Kindheit, weil ich mich nicht so genau erinnern kann, dass so das Wort religiös, dass ich das benutzt hätte, um irgendwas von mir selber zu beschreiben. Ich bin mit dem Judentum aufgewachsen. Ich komme aus Hannover ursprünglich und bin dort von meiner Mutter immer mitgenommen worden in die liberale Gemeinde. Und dort gab es immer viel Kinderprogramm auch, das heißt Kindergruppen. Wir waren aber auch immer im Gottesdienst und auch rumgerannt oder auch auf den Fluren. Von manchen eher geliebt, von anderen eher nicht so sehr. Genau und habe wie so einen roten Faden, bin ich entlang aller Möglichkeiten, die es so in der Gemeinde gab. Also als Kind und dann als Jugendliche im Jugendzentrum und dann habe ich selber früh angefangen, Sachen anzubieten. Wieder für die Jugendlichen und in der Sonntagsschule gearbeitet und dann bis hin zum Ferienlager. Und ich habe zwischendurch auch Praktikum gemacht in der Kita und in der Krippe. Also ich habe wirklich alles mitgenommen, was geht. Bis ich dann zum Studium hierher nach Berlin gezogen bin. Und deswegen, Judentum hat immer eine sehr große und auch wichtige Rolle in meinem Großwerden gespielt. Ich war nicht auf einer jüdischen Schule. Hatte auch durchaus Komplikationen so in verschiedenen, wie sagt man, Schulklassen. Hatte aber dann vor allem später, wo es glaube ich sehr darauf ankommt, wenn es so Richtung Abitur geht oder in den höheren Stufen, einen sehr guten Geschichtslehrer. Und da bin ich bis heute einfach unglaublich dankbar, weil ich glaube, dass du als Geschichtslehrer Religionsunterricht mal ausgeklammert, weil das ist ja ein ganz anderes Thema. Ich glaube, da gehen wir jetzt ja nicht rein. Ja, ein Geschichtslehrer kann ja einfach sehr steuern, wie werden welche Themen behandelt. Und er ist zum Beispiel auch manchmal nach dem Unterricht zu mir gekommen und hat gesagt, was in den nächsten Wochen drankommt und mir bei bestimmten Sachen, die vielleicht für mich sehr traumatisch sein können, mir angeboten, dann nicht zu kommen für die Stunde oder so, wenn Filme angeguckt wurden oder so. Ja, und je länger das her ist, desto mehr Wertschätzung habe ich dafür, weil ich erfahre, wie nicht normal das ist von dem, was ich von anderen jüdischen Menschen höre. Und das ja, dieses Wort Trigger Warning war ja damals noch gar nicht so ein Ding, aber es ist genau, was er gemacht hat. Ja, Props an deinen Geschichtslehrer. Also sehr gut. Und vielleicht kann das auch gleich ein Punkt sein, den wir unseren HörerInnen mitgeben. Also wenn ihr im Bildungskontext unterwegs seid, das mitzunehmen und abzuchecken und genau darauf Acht zu geben, dass das eben für alle Menschen ein Raum ist, am Unterricht teilzunehmen und partizipieren zu können, weil je nach geschichtlichen Kontext Menschen davon betroffen sein können, die in dieser Runde sitzen. Genau. Ja, danke. Ja, und so zur Religiosität, um das nochmal so aufzugreifen. Wir haben halt zu Hause Feiertage alle gefeiert. Im Judentum finden ja viele Feiertage auch zu Hause statt, so im Rahmen der Familie. Und das war einfach alles immer da, sodass ich es eigentlich gar nicht anders kenne. Aber ich hätte jederzeit von meiner Familie aus die Möglichkeit gehabt, zu sagen, das mag ich nicht, das will ich nicht. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher, da gab es keinen Druck. Aber ich habe mich halt immer dafür entschieden und habe das dann auch selber in mein Leben adaptiert und führe die Sachen ja auch dann heute so weiter. Denn es gibt ja auch dann Familientraditionen und genauso habe ich die dann mit nach Berlin genommen. Also ja, Religiosität, auch wenn ich mich nicht an diesem Wort festklammern will, aber das war schon immer da und ist es natürlich heute umso mehr. Wie ist es bei dir, Kübra? Also ich komme auch aus einem praktizierten Haushalt. Deswegen war es bei mir schon auch von jung aus, von klein aus schon immer präsent, auch wenn ich das nicht so, wie du es gesagt hast, beim Namen genannt habe. Aber überhaupt zu sehen, also Lernen am Modell war einfach sehr stark zu sehen, dass Vater, Mutter betet, im Koran gelesen wird. Und ich war, glaube ich, auch schon mit sieben in so einer Koranschule, wo wir dann auch gelernt haben, dass die arabischen Buchstaben zu lesen, den Koran zu lesen. Und danach ging es eigentlich in der Jugendzeit auch weiter mit. Es gab halt immer so Jugendgruppen. Dann wurde ich auch Mentorin. Und dann ging es auch so weiter mit Jugendleitung etc. Und bis ich dann überhaupt mal gesagt habe, okay, jetzt möchte ich islamische Theologie studieren. Und genau, natürlich kann ich nie sagen, so jetzt bin ich islamische Theologin und die absolute Religiosität erreicht. So was gibt es halt natürlich gar nicht. Oder es ist auch nicht so, dass man jetzt als islamische Theologin dann jetzt auf einmal über alle Sachen Bescheid weiß und immer alles präsent hat. So ist das auch nicht. Natürlich muss ich mich auch vorbereiten und nochmal zweimal, dreimal nachschauen. Aber die Religiosität, ja, ich glaube, das ist tatsächlich sehr krass, weil es bei mir auch sehr viel am Lernen am Modell gelegen hat, dass es immer schon präsent war. Und ich das auch liebend gern gemacht habe, ehrlich gesagt. Also, weil ich auch irgendwie Lust dazu hatte, okay, ich habe auch eine ältere Schwester. Sie hat es auch gemacht. Deswegen als jüngere Schwester ist es, glaube ich, meistens auch so, wenn sie macht, dann mache ich das auch so. Dass da auch so vielleicht so ein bisschen so eine Motivation auch von innen kam. Aber nicht nur. Also das kommt irgendwie auch vom Inneren. Also ansonsten hätte ich es ja auch irgendwo gelassen. Von daher. Wie war es bei dir, Maike? Ja, bei mir ist es anders. Ich bin zwar getauft, aber meine Familie würde ich nicht als praktizierend christlich beschreiben, obwohl die Taufe ja eine christliche Praxis ist. Aber im Alltag des Familienlebens spielte das keine Rolle. Wir hatten keine Bibel und sind auch nicht zu Feiertagen in die Kirche gegangen. Also außer mit meiner Mutter und meiner Oma an Heiligabend. But that's it. Und trotzdem, wenn ich mich zurückerinnere, weiß ich, dass ich als Kind gebetet habe und dass Gott für mich begleitend war und Gott nicht nicht da gewesen ist. Daran kann ich mich nicht erinnern, sondern ich kann mich nur daran erinnern, dass Gott immer irgendwie da gewesen ist und ich auch eine Verbindung zu Gott hatte, obwohl ich keine oder sehr, sehr wenige religiöse Orte und Räume hatte. Natürlich ist die Gesellschaft in Deutschland zum größten Teil christlich geprägt. Das heißt, die Feiertage sind sowieso irgendwie Teil des Jahres gewesen. Aber genau, ich habe das nicht zu Hause kennengelernt in der Tiefe. Ich habe auch keine biblischen Geschichten kennengelernt und hatte auch keine Räume und auch keine Sprache irgendwie dafür. War dann auch im Konfirmationskurs, aber natürlich mit Menschen, die ich nicht kannte und habe mich dann nicht wohlgefühlt. Für mich war das eine total langweilige Zeit. Ich habe das eher abgesessen. Also ich hatte nicht diese irgendwie weniger jetzt die Erlebnisse, die du hattest, Leni, dass ich da auf Freizeiten war. Und das klingt jetzt so, ich weiß nicht, aber es klang jetzt bei dir so, als wenn das auch eine prägende Zeit ist und positiv besetzt. Das war es bei mir weniger. Außer die Momente, die ich dann mit der Familie meiner besten Freundin zu der Zeit, denn die Kirche besucht habe, da habe ich das total genossen. Die hatten dann immer hinterher so eine Brunch-Tafel und haben dann über den Gottesdienst geredet und haben noch Lieder gesungen und hatten so richtig ihre Familientradition. Das habe ich, da habe ich mich sehr beheimatet gefühlt. Das habe ich sehr genossen und habe schon gemerkt, das ist was, was mich so erfüllt, was ich auch gerne hätte. Und häufig, nicht immer, aber häufig ist es ja auch so bei jungen Menschen, wenn man erlebt, bei mir zu Hause ist es anders und ich merke, es geht auch anders. Es kann anders sein, so wie es für mich gut ist, dass Menschen sich dann da auch hinentwickeln oder das versuchen umzusetzen. Genauso ist es bei mir gewesen. Jetzt weiß ich und das wissen wir, du studierst jüdische Theologie und du lernst auch gleichzeitig am Abraham-Geiger-Kolleg. Das ist dann die Ausbildung, um Rabbinerin zu werden. Was genau bedeutet das? Wie lange dauert das Studium? Warum musst du beides studieren? Und genau, wann bist du fertig und bekommst du dann eine Gemeinde? Nimm uns mal mit hier ein. Ich nehme euch mit rein. Also das Abraham-Geiger-Kolleg ordiniert am Ende ja RabbinerInnen oder führt KantorInnen ins Amt ein und dafür brauchen sie aber auch einen akademischen Abschluss. Das heißt, die KantorInnen brauchen einen Bachelor in jüdischer Theologie und die RabbinerInnen einen Master. Und ich habe ja nichts vorher studiert. Das heißt, ich konnte auch mir nichts anrechnen oder irgendwie, da gibt es ja immer so Möglichkeiten. Deswegen habe ich auch mit einem Bachelor jüdischer Theologie angefangen. Es hat sich dann jetzt auch alles sehr in die Länge gezogen mit Corona. Ich habe ein Auslandsjahr in Jerusalem gemacht und schließe jetzt langsam meinen Bachelor ab und fange jetzt mit dem Master an. Habe das Ausbildungsprogramm gleichzeitig gemacht. Man muss es nicht gleichzeitig machen. Man kann es auch nacheinander machen oder wie auch immer. Das führt dazu, dass alle, die zusammen studieren, in komplett verschiedenen Stadien von allem möglichen sind. Und zusätzlich kommen ja auch noch die Leute aus der ganzen Welt, sind unterschiedlich alt, bringen verschiedene Kulturen mit. Also es ist der absolute Wahnsinn, was für eine Diversität wir dort haben und wie viele Sprachen gesprochen werden. Also früher waren das mal so 17 und das aber nur so bei 20 Leuten. Und lernt, also Ausbildungssprache ist Englisch oder Hebräisch? Ja, Englisch, vor allem Englisch. Also sprechen gar nicht so viele Deutsch. Deswegen Englisch. Der Master ist auch eigentlich komplett auf Englisch an der Uni. Und genau das Theologiestudium ist, wie ein Theologiestudium halt ist. Man lernt ein paar tote Sprachen. Das kennt ihr ja. Und ja, andere Sachen über Literatur, über Liturgie. Wie nennt man das? Religionsgesetz und alles, was halt so in diesen akademischen Teil reingehört. Ich habe auch ein bisschen Religionspädagogik gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dass man auch an der Schule unterrichten dürfte damit. Nee, ich nicht. Bei uns gab es entweder Lehramt oder auf Rhein-Mono. Ah, krass. Okay. Ja, ich bin ganz froh über diese Option. Das ist so wie so ein kleiner... Aber Religionspädagogik hatten wir trotzdem. Aber ich darf nicht unterrichten. Gemein, finde ich. Ich muss unterrichten sogar. Ja. Genau. Und am Kolleg sind das halt Ausbildungsjahre mit verschiedenen Thematiken, sodass man halt die Feiertage durchläuft und die... Auf Deutsch ist es so blöd, aber wir nennen es so Lifecycle-Events. Ich finde, man kann das nicht so gut im Deutschen übersetzen. Aber halt alles, was im Leben passiert, also Geburt, Beschneidung, Namensgebung, Barbat, Mitzvah, Zeremonien, Hochzeiten, Beerdigungen, Scheidungen vielleicht noch. Und dann halt alles aus einer praktischen Ebene. Also wie stehe ich da vorne? Was muss ich für die Gottesdienste machen? Wie bewege ich mich? Wie lese ich aus der Tora für die einzelnen Feiertage verschiedene Praktiken? Und eben, wie mache ich Hochzeiten? Wie mache ich Beerdigung? Ich beschneide nicht selber. Nur weil das oft Leute denken, was ich mit Beschneidung meine, ist natürlich, wenn überhaupt, das Zeremonielle da drumherum. Ja. Nur, dass es da keine Verwirrung gibt. Genau. So war es. Und das hat man dann angeblich in fünf Jahren alles perfekt drauf. Und es ist auf alles vorbereitet. Und wir wissen alle, ich glaube, dass es nicht so ist. Und dass man am ersten Tag da steht und denkt, ach du, also Gott, wie hast du mich hierher gebracht? Und was mache ich jetzt so? Ich weiß doch gar nichts. Ja. Ich finde es aber auch so ganz spannend, weil du, Kübra, hattest das vorhin so gesagt mit diesem, ob man an diesen Punkt kommt, wo man das dann alles weiß. Und das ist natürlich Quatsch. Und ich würde dem voll gerne so ein bisschen, ja, da so ein bisschen den Druck rausnehmen, weil ich mir denke, vielleicht ist es auch einfach der Unterschied zwischen einer etwas jüngeren Generation und einer etwas älteren, dass es manchen in der jüngeren Generation auch leichter fällt zu sagen, nee, weiß ich jetzt gar nicht. Macht aber auch gar nichts, weil meine Ausbildung hat mich an den Punkt gebracht, wo ich weiß, wo ich es nachschaue. Und das finde ich, reicht auch erst mal. Und wir stehen dazu. Und das Argument dann von älteren Menschen oder sagen wir Männern zu sagen, ja, aber du weißt ja auch noch gar nicht alles. Weiß ich nicht, ob die immer alles wissen. Aber ist doch auch fein, überhaupt nicht alles zu wissen. Also ich finde es überhaupt nicht unangenehm zu sagen, gucke ich gerne nach, reiche ich gerne nach, muss ich nochmal überlegen. Aber einfach den Mut zu haben und ich würde denken, ist es bei allen Menschen so. Dafür muss man kein Alter haben. Es ist sogar wichtiger zu sagen, ich weiß nicht, statt irgendwie was Falsches zu sagen, weil dann muss man das verantworten. Das geht ja nochmal in eine ganz falsche Richtung dann nochmal. Ja. Also ich kann mich daran erinnern, wie, was für Sorgen ich hatte, als ich ein Workshop, eine kleine Fortbildung halten sollte vor älteren Kolleginnen. Und ich weiß, ich bin eine der sehr wenigen Frauen erst mal. Und dann war das auch noch ein Thema zum, also war das Thema Queer und Kirche. Und dann sitzen da mehrheitlich Fahrkollegen, die älter sind und wesentlich mehr Berufserfahrung haben. Und ich habe mir wirklich tagelang Gedanken gemacht und war total unsicher, obwohl ich mich eigentlich nicht so empfinde, obwohl ich eine laute Stimme habe und deutlich was sagen kann. Aber mich hat dieser Fakt alleine schon verunsichert. Und hinterher, also ich habe tatsächlich an einigen Stellen gesagt, ich weiß es nicht, aber ich wusste auch, ich kann in anderen Momenten punkten. Ich habe eine ganz eigene Perspektive, die ich eintragen kann. Und da können manche Menschen noch so lange studieren. Sie haben diese Perspektive nicht. Diesen Erfahrungshorizont zum Beispiel nicht, den ich mitbringe. Ja. Ja. Oder wie schneidet man ein Real? Genau. Sag mir das doch mal. Wie spricht man im Internet über Religionen? Das können auch nicht alle. Ja. Also Lebenserfahrung finde ich immer, das will ich auch nicht angreifen, weil da denke ich mir, klar, sammelt man im Leben immer mehr Erfahrung. Aber gib mir doch nicht für alles, was ich gerade nicht gut weiß, das Gefühl, es liegt an meinem Alter. Das ist einfach nicht fair. Ja, das stimmt. Wie groß ist denn dein Kurs? Weil du meintest gerade, ihr habt mal angefangen, da wart ihr 20 oder vor ein paar Jahren, da wart ihr 20 und 17 unterschiedliche Sprachen. Wie groß ist denn jetzt dein Kurs? Wie viele Frauen oder nichtbinäre Menschen gibt es dort? Und bist du die Jüngste? Sehr gute Fragen. Also, als ich angefangen habe, waren wir zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen mehr, da waren wir eher so um die 25 an beiden Kollegen. Wir haben einmal das Abraham-Geiger-Kolleg, was liberal ist und das Zacharias-Franke-Kolleg. was konservativ ist und wir studieren, aber am selben Campus. Und haben dann aber für die Rabinatsausbildung verschiedene Unterrichte, weil es sich ja inhaltlich dann vielleicht unterscheidet. In meinem Jahrgang quasi bin ich allein. Ah ja, genau, du hast gerade erzählt. Also, genau. Also, von der Ausbildungsstätte bin ich allein, habe natürlich aber dann trotzdem Unterricht zusammen mit anderen, weil man muss das halt irgendwie zusammenbringen. Aber alle sind halt, wie gesagt, ganz woanders. Von im Bachelor, aber haben vorher schon das gemacht oder im Master und müssen aber hier anfangen. Und genau deswegen setzt es sich so ein bisschen durcheinander zusammen. Aber das ist auch okay. Wir sind jetzt ein bisschen weniger insgesamt. Ich weiß es nicht genau. Und eine Zahl, aber trotzdem irgendwie so an die 20 Leute. Viel, viel mehr Frauen. Also, da vor fünf Jahren war es eher so ausgewogen, würde ich sagen, so Hälfte, Hälfte. Und jetzt sind wir viel, viel mehr Frauen. Also, in der Rabinatsschule am Geiger-Kolleg, von denen die so präsent vor Ort sind. Wir haben nämlich auch noch immer Leute, die gerade in Frankreich oder irgendwo anders oder die so halb, halb, es ist kompliziert, studieren. Aber so vor Ort haben wir einen Mann. Ja, ja. Und das ist ganz spannend. Also, vor allem für mich, weil ich auch von denen vor Ort zu denen gehöre, die schon mit am längsten da sind. Deswegen sieht man ja dann immer, wie es sich ändert in so die Gruppendynamik. Und es ist natürlich sehr anders. Also, sehr frauendominierend und auch schön. Jüngste bin ich nicht mehr. Du warst mal Jüngste. Deswegen frage ich. Als ich angefangen habe, war ich die Jüngste mit dem Mindestalter. Und das ist? Das Mindestalter gibt es nicht mehr. Ah. Ja. Und jetzt habe ich eine Kommilitonin, die hat angefangen mit 19. Wow. Genau. Das heißt, sie ist jetzt die Jüngste. Und es ist sehr schön. Ja. Genau. Sie kommt aus Tschechien. Ja. Gibt es denn ein Mindestalter für die Ordination? Weil ich kann mir vorstellen, dass nochmal Ausbildung und Studiengang nochmal... unabhängig von der Ordination sind? Nee. Ich glaube, es ist eher dann die Mindestvoraussetzung an Dingen, die du halt abgeschlossen haben musst. So inklusive Praktika und so. Ich weiß auch nicht, wo das mit dem Mindestalter herkam. Also, was da so die Idee dahinter war. Aber es ist ja total individuell, was Menschen in welchem Alter schon gemacht haben und mitbringen. Also, es kann ja so oder so sein. Und als ich angefangen habe zu studieren, war ich vielleicht da bei dem Mindestalter. Aber an der Uni waren ja Leute, die waren mal bis zu drei, vier Jahre jünger. Also, es gehen ja auch 17-Jährige. Also, an der Uni war ich ja für einen Bachelor erstes Semester alt, so in Anführungszeichen. Ja. Bei mir oder bei uns in der Evangelischen Kirche gibt es ein Mindestalter, zumindest in dieser Landeskirche. Ich meine, also korrigiert mich da draußen, ich meine, es ist 27. Und als ich studiert habe, habe ich mit 23 mein Studium abgeschlossen. Und ich habe mich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass man erst mit 27 quasi ins Vikariat, in die Ausbildung dann auch gehen kann. Und dann die Ordination eben erlangen kann. Und heute bin ich ganz dankbar darüber. Wenn ich mir vorstelle, dass ich vor zehn Jahren in meiner Gemeinde als Pfarrerin oder angehende Pfarrerin aufgetreten wäre, bin ganz froh über die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, um irgendwie anknüpfbar sein zu können für die verschiedenen Generationen tatsächlich. Also, ich weiß, dass ich jetzt sehr weit oder immer weiter weg bin von jugendlichen Menschen. Vielleicht bin ich dadurch, dass ich selber Mutter bin und mein Kind sechs Jahre alt ist, gerade irgendwie in diesem Lebensalter einfach sehr, ja, auch unterwegs. Aber trotzdem weiß ich zum Beispiel, dass ich mich sehr von den jungen Menschen und Jugendlichen immer weiter entferne, dass die Wörter sich verändern. Ich gar nicht mehr die Sprache spreche. Aber als ich angefangen habe als Lehrerin mit 23, wurde ich auf dem Schulhof noch verwechselt als Schülerin. Also, mir haben ältere LehrerInnen hinterhergerufen, raus aus dem Schulgeburt, es ist Pause. Und dann habe ich mir irgendwann angewöhnt, laut mit meinem Schlüssel über die Gänge zu laufen, damit man ja erkennt, dass ich auch Lehrerin bin. Genau, so ist es mit mir passiert. Und das wird mir heute nicht mehr passieren, weil ich werde älter, das muss ich eben auch einfach annehmen. Aber genau, das war einfach sehr jung. Und ich glaube, für die Aufgaben dann als Pfarrerin oder auch als RabbinerInnen, die ähnlich sind, könnte ich mir heute vorstellen oder kann es mir heute besser vorstellen, dass eine Erfahrung und ein paar Jahre gut sind, um in einer Gemeinde zu wirken. Und mein jüngeres Ich würde mich dafür jetzt gar nicht mögen, dass ich es gesagt habe. Aber man muss ja auch sagen, ich fand es dann irgendwann auch mal ein bisschen albern zu sagen, ja, du bist so jung, du bist so jung. Weil ich war vielleicht jung, aber ich konnte rechnen und ich wusste, die Ausbildung dauert ja ein paar Jahre, also bin ich ja auch am Ende älter. Also das war ja absehbar, also ich werde ja dann auch irgendwie um die 30 sein, wenn ich fertig bin. Also fand ich diese Aufregung irgendwann dann auch ein bisschen übertrieben, weil ich bin nicht in einem Jahr fertig. Und ich werde auch nicht jünger dabei oder sowas komisches. Nicht? Wenn ich an unsere heiligen Schriften denke, dann fallen mir übrigens auch ziemlich viele junge Menschen ein, Protagonistinnen ein. Also ich denke an Maria, die Mutter Jesu, die gerade mal 13 oder 14 Jahre alt war zur Geburt Jesu. Ich denke an König David oder an Josia, der im Alter von acht Jahren König wurde. Ich denke an Jakob und Esau, aber auch an Josef zum Beispiel, an Jesus selber. Also der war ja gerade mal Anfang 30, als er starb. Also es gibt junge Menschen, die in unseren, also vor allem in Bibel, aber auch in Tora und darüber hinaus vorkommen. Wie ist das im Koran und spielt das bei euch eine Rolle? Ja, also wenn ich jetzt an junge Menschen denke, dann ist mir direkt Ali eingefallen, der Schwiegersohn des Propheten. In Friede sei mit ihm. Er war zum Beispiel sehr jung, auch im Haushalt des Propheten. Und er war einer der Ersten, der an ihn geglaubt hat. Also ein Kind, das gesagt hat, du bist der Wahrhaftige, ich glaube an dich. Und dann gab es auch natürlich auch unter den anderen Gefährten des Propheten, so nach dem Motto, oh, sogar das Kind möchte so zielstrebig auch mitmachen und Pflichtbewusstsein und sich der Religion quasi hingeben. So könnten wir auch uns ein Beispiel von ihm nehmen. Also wir haben quasi diese jüngeren Vorbilder eher aus der Tradition. Wir haben auch gerade die Söhne von Ali, Hassan und Hüseyin, da gibt es auch so eine tolle Anekdote. Eines Tages haben die einen Mann gesehen, einen älteren Herrn, der die Gebetswaschung vollzogen hat, aber etwas falsch. Und die wollten nicht ihn direkt zurechtbelernen nach dem Motto, ey, du machst es falsch. Vor allem, die sind ja auch jünger, da ist auch so ein bisschen gewisse Respektregeln. Und dann haben sie sich überlegt, wie können wir ihm zeigen, dass das falsch war. Und dann haben sie sich überlegt, wir gehen einfach zu ihm, zu dem Brunnen und der eine soll von uns die Gebetswaschung falsch machen und der andere soll ihm dann sagen, schau mal, erst die Hände, dann die Füße etc. Und dann haben sie sich so gestritten, gemäßig gemacht und haben dann den älteren Herrn gefragt, so was meinst du, wer von uns das Richtige jetzt gesagt hat? Und dann meinte er, ihr habt das richtig gemacht, ich war derjenige, der das Ganze falsch gemacht hat. Und das ist so ein beliebtes Beispiel auch, man könnte dieses Beispiel einfach auch weglassen, weil man sagen könnte, ja, von Kindern lernen wir jetzt nichts. Ich meine, er ist ja älter, er wird es doch besser machen. Aber stattdessen wird das auch immer weiter tradiert. Und hier geht es eben nicht darum, zu schauen, wer alt ist, sondern wer das Wissen eben hat. Und egal, ob jung oder alt, wer das Wissen hat, von dieser Person kann man dann eben, oder sollte man dieses Wissen auch anfordern und offen sein, diese Lehre mitzubekommen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch nach der islamischen Lehre. Wie ist es, Leni, bei dir persönlich oder auch im Judentum? Ich finde es mega spannend, was du gerade erzählt hast. Ich war so, wow, meine Augen wurden immer größer. Ja, ich finde es eine total spannende Frage, weil ich glaube, ich habe noch nie über junge Menschen in der Tiefe nachgedacht, die irgendwie in der Tora oder im Tanach vorkommen. Eher über Alte. Also weil das ja so mehr bekannt ist, diese ganzen biblischen Figuren wie Abraham oder auch Mose, die irgendwie ja so über 100 geworden sind oder ich weiß gar nicht, geworden, geworden oder sogar ein paar hundert Jahre. Ich muss mich da mal reinfuchsen, also in die entgegengesetzte Richtung. Aber auch hier sind mir jetzt, wo du das gerade erzählt hast, Kübra, wieder Kinder eingefallen, weil es ja Kinder, also kleine jüdische Kinder sind, die ja auch immer die Fragen stellen, über die wir gar nicht mehr nachdenken. Und diese Fragen sind ja auch immer extrem klug, bringen mich dann an den Rand meiner Verzweiflung, weil ich dann nämlich nicht mehr weiß, wo ich das nachschaue, weil ich überhaupt gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und ich erinnere mich auch an meine Kindheit, dass ich selber solche Fragen gestellt hatte, die mir niemand beantworten konnte. Und das lässt mich manchmal bis heute dann auch nicht los. Das passt ja dann irgendwie alles nicht so ganz zusammen mit dem, was ältere und jüngere und mittelalte Menschen können. Junge Menschen, Kinder, junge Menschen, Jugendliche kommen in unseren Heiligen Schriften vor. Das heißt, auch sie stehen in einer Beziehung zu Gott. Auch über sie wird erzählt. Und ich sehe aber heute, so ist meine Wahrnehmung, deswegen die Frage an euch, in der Berichterstattung oder auch in der Medienlandschaft, nehme ich wenig junge christliche Menschen wahr? Wie ist das aus muslimischer, wie ist das aus jüdischer Sicht? Würdet ihr das teilen? Ja, also ich würde Jein sagen. Es scheint so, als ob die Interessen der Jugendlichen, als ob die nicht so nach der Religion gerichtet wären. Dabei finde ich deine Ausgangsfrage ganz wichtig. In welchen Orten sind diese Kinder? Weil ich gerade seit zwei, drei Jahren habe ich das Gefühl, dass vor allem in der muslimischen Landschaft, sage ich jetzt mal, bei den Jugendlichen eine extreme, also mit extrem nichts Negatives, also eine enorm große Sehnsucht nach religiösen Orten gesucht wird. Ich sehe immer wieder Jugendliche fragen an, wo kann ich, gibt es hier irgendwie tolle Gesprächsabende, wo kann ich mich einbringen? Aber irgendwie sehe ich da, sie finden keine richtig passenden Strukturen. Und das ist eben das, was mir auch schmerzt. Ich meine, auf der einen Seite klagen wir uns, wo sind die Jugendlichen geblieben, warum können wir sie nicht mitnehmen? Auf der anderen Seite gibt es Jugendliche, die sagen, wir wollen mitkommen, aber nicht so wie in altgewohnten Strukturen, sondern in neuen Formen. Und da müssen wir, glaube ich, einfach, vor allem wir vielleicht in unserem Alter, die die Brücke irgendwie schließen und versuchen, beide irgendwie zusammenzubringen oder überhaupt die Sprache der Jugendlichen auch mit aufzunehmen. Und ich sehe da auf jeden Fall keine Abnahme, was die Religiosität bei Jugendlichen angeht, sondern die Suche nach etwas Passendem für sie. Ja, so wie du das sagst, so dieser Ort des Zusammenseins. Und beim Judentum ist es ja auch so, die Synagoge ist ja der eine Ort, aber es geht auch um dieses Zusammenkommen. Einfach zusammenkommen und zusammen sein, Identität teilen und Safe Space oder Safer Space schaffen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann man ja gar nicht rausfinden, was Bedürfnisse und Wünsche sind. Und das ist ja das, was wir wollen. Aber da muss ja erst dieser Ort geschaffen werden. Dann muss zusammengekommen werden. Das ist, glaube ich, gar kein Deutsch. Ist egal. Aber dann müssen wir zusammenkommen. Und dann müssen wir noch versuchen, vielleicht Leute zu erreichen, die nicht in diesen typischen Kreisen unterwegs sind, dass sie das wahrnehmen, dass man hier zusammenkommen kann. Und dann müssen Bedürfnisse und Wünsche irgendwie geäußert werden können, wofür es ja auch nochmal diese Art von Raum braucht, nicht nur den physischen, sondern diesen Raum. Und dann müssen wir sehen, was machen wir da draus. Und dann muss das Angebot auch geschaffen werden. Das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Und auf der einen Seite, denke ich, gibt es ganz, ganz viel nicht. Denn wenn wir jetzt in eine extreme Richtung schauen, wenn wir Dörfer anschauen, also mal weg von der Großstadt, da gibt es gar keine Synagoge mehr. Es ist ja dann sowieso schon vorbei. Wenn es eine Synagoge gibt, dann sagt ja niemand, dass es die ist, in die du auch gerne gehen möchtest. Also wir brauchen immer die Synagoge, die wir mögen und die, wo wir niemals hingehen würden. Weil das brauchen wir halt. Und das ist aber auch ein gutes Recht, irgendwie die Möglichkeit vielleicht zu haben. Aber das gibt es gar nicht. Und dann kommen da ja Punkte zu, wie Infrastruktur. Also das sind ja ganz, ganz große Themen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch richtig viele riesige Sachen. So wie jetzt in zwei Wochen steht es wieder an, die Eurovision. Ich weiß nicht, ob ihr darüber informiert im Bilde seid. Also so wie der Eurovision Song Contest gibt es in Deutschland die Jurovision. Das heißt, Jugendzentren aus ganz Deutschland treten gegeneinander an. Und sie nehmen meistens Musik aus der Popkultur und schreiben die um mit jüdischen Inhalten. Also Judentum oder was auch immer. Ich glaube, es wird wirklich selber geschrieben und Tänze eingeübt und Kostüme und, 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 und. Und es ist ein Riesending. Man findet es alles bei YouTube. Ihr könnt einfach eingeben Eurovision und dann, weiß was ich, 2010, 2020. All die Jahre, all die Städte. Kann man sich angucken, was da geleistet wird. Und da gibt es natürlich auch eine Jury und am Ende gewinnt ein Jugendzentrum. Also da ist es, da liegt ja dann nicht Religiosität im Sinne von Glaube im Fokus, weil es ja schon auch darum geht. Aber dieses Zusammensein, sich sicher fühlen ja auch, was aus ganz verschiedenen Aspekten ja auch unglaublich wichtig ist. Und dieses gemeinschaftlich an etwas Arbeiten und was Erreichen. Und ich hoffe immer sehr, ich habe selber nie teilgenommen, aber ich hoffe immer sehr, dass es nicht nur ums Gewinnen, Gewinnen geht, sondern auch einfach um den ganzen Prozess davor und dabei sein. Aber natürlich findet dann an diesem Wochenende, wo alle zusammenkommen, auch Schabbat statt. Und da nimmt man ja dann wieder wahr, oder ich nehme das wahr, dass es ja dann anscheinend doch wichtig ist, dass alle schaffen, duschen zu gehen und sich nochmal schön zu machen. Also gibt es ja dieses Gefühl von Wichtigkeit. Es ist nicht so, dass wir da nur zum Party machen kommen, sondern es ist auch wichtig, dass man dann frisch geduscht im weißen Hemd beim Schabbat ist. Also alle so, wie sie möchten. Ja, kein Druck und so. Aber genau, du sprichst ja gerade diese Ebene an, von dass Jugendliche angefragt werden, wo ist denn ihr Ausdruck von Religiosität oder wie praktizieren sie Religion und dabei tun sie es auf ihre Art und Weise. Und das macht eigentlich einen ganz guten Link zur Shell-Studie. Denn die Shell-Studie ist eine Jugendstudie, die in regelmäßigen Abständen die Generation der 12- bis 25-Jährigen in Deutschland untersucht mit Fragen wie, welche Rolle spielen Familie und Freunde, Schule, Beruf, Digitalisierung, Freizeit, aber auch, wie stehen junge Menschen zur Politik, Gesellschaft und Religion. Und ich fand, da gab es einen interessanten Fakt. Also die letzte Shell-Studie ist von 2019. Und da wurde herausgefunden, dass katholische und evangelische Jugendliche, dass da der Glaube in den letzten 20 Jahren erheblich an Bedeutung verloren hat und nur 39 Prozent bzw. 34 Prozent der evangelischen Jugendlichen der Glaube noch wichtig ist. Also der evangelischen Jugendlichen. Und ganz anders ist das bei muslimischen Jugendlichen. Denn für 73 Prozent von ihnen ist der Gottesglaube wichtig und 60 Prozent der muslimischen Jugendlichen beten einmal die Woche. Anders ist es bei den evangelischen Jugendlichen. Da beten nur 13 Prozent der Jugendlichen. Könnt ihr da andocken? Also ich finde das eine ganz interessante Feststellung, dass der praktizierte Glaube bei muslimischen Jugendlichen stärker hervortritt als bei evangelischen oder bei christlichen Jugendlichen. Ich glaube, bei uns ist halt eben das Hauptgebet oder auch wie das Fasten auch einfach so wichtige Bestandteile des Glaubens. Man sagt auch, das sind die Grundpfeiler. Wenn das Gebet, das Hauptgebet quasi in der Religion fehlt, dann ist es so, als ob das Haus die wichtigste Säule nicht hat. Und wenn man mit dieser Lehre erzogen wird, dann ist es, glaube ich, schon für die Jugendlichen auch wichtig, diese Beziehung zu Gott durch das Gebet aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist es, glaube ich, im Islam sehr wichtig, auch die praktizierende Seite mit aufzunehmen. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Studie tatsächlich auch recht hat. Es hat die Shell-Studie jüdische Jugendliche nicht untersucht. Aber würdest du sagen, könntest du dir vorstellen, dass das ähnlich ist? Keine gefunden. Ich glaube, hier ist es jetzt ja vielleicht wichtig zu erwähnen, dass ja Judentum nicht nur Religion ist. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, weil jüdische Identität haben ja auch bedeuten kann, dass es viele Menschen gibt, die nichts mit Gott zu tun haben, nicht beten, keine Feiertage machen, halten, nicht fasten, vielleicht manche Feiertage begehen, vielleicht manchmal Shabbat machen, vielleicht Koscher essen, alles so vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber vielleicht auch einfach ein sehr säkulares Leben führen, aber jüdisch sind, weil sie jüdisch geboren sind, weil sie eine jüdische Identität haben. Vielleicht auch, weil sie einmal im Jahr zu Yom Kippur in der Synagoge erscheinen, auch fein, ja. Deswegen ist es da vielleicht schwierig, das dann so auseinanderzunehmen, aber Shabbat ist vielleicht trotzdem ein gutes Beispiel, weil ich das Gefühl habe, das eint dann doch alle sehr, wenn sie dann zusammenkommen. Manchmal auf Konferenzen ist es ja so, dass orthodoxe, modern-orthodoxe, konservative, Reform-Liberale und eben auch viele säkulare jüdische Menschen da sind. Und dann ist doch auch da, wie bei der Jurovision, für alle Shabbat wichtig, für alle aus unterschiedlichen Gründen. Und bestimmt wird es auch unterschiedlich streng gehalten, wenn wir jetzt so an Verbote von Shabbat denken. Aber ja, was mir sonst noch dazu eingefallen ist, ist, dass vielleicht, und vielleicht trifft es auch auf muslimische Menschen zu, je mehr man eine Minderheit ist, desto mehr fängt man an, sich in Gemeinsamkeiten zu ein und umso wichtiger wird es dann, für sowas zusammenzukommen. Das heißt, wenn wir als jüdische Menschen eh schon eine Minderheit sind, selbst wenn wir nicht religiös oder praktizierend, betend sind, ist es vielleicht wichtig, in die Synagoge zu kommen, weil das der Ort ist, wo wir dann mit den Leuten sind, die das ähnlich empfinden und das eben der Raum ist, wo wir zusammenkommen. Wisst ihr, wie ich das meine? Also von der Außenwelt da so reinzukommen. Egal, wie das dann wahrgenommen wird. Und vielleicht ist es auch nochmal der Punkt, dass das ja die Definition von Religion und praktizierter Religion der Menschen der Studie ist und nicht der Person selber. Also inwiefern definiere ich für mich Religion oder Glaube oder auch Teil einer Gemeinschaft sein? Und das sind ja jetzt die Raster der Untersuchungen der Menschen, die diese Studie gemacht haben. Genau. So langsam kommen wir zum Ende. Aber ich würde gerne noch einen Punkt aufgreifen. Also zwischen jungen und alten Menschen gibt es in Gemeinden oder religiösen Orten häufiger ein Streitpotenzial. Wer darf hier vorgeben und umsetzen, wie Religion gefeiert wird, was hier überhaupt an unseren Orten passiert. Und häufig haben eher die älteren Menschen, ich setze das bei Anführungsstrichen das Hausrecht, weil sie einfach schon länger da sind. Und für die jungen Menschen ist es viel schwieriger, hinzuzukommen und was Eigenes umzusetzen. Erlebt ihr das auch so? Könnt ihr da mitgehen? Was sind eure Gedanken dazu? Ja, also manchmal kommt es tatsächlich auch auf Generationskonflikte einfach. Jetzt entweder in der Religion oder außerhalb der Religion auch. Man tut sich sogar manchmal schwer, dass zwei unterschiedliche Generationen sich überhaupt in derselben Sprache verständigen können. Wenn ich jetzt an solche Veranstaltungen denke, wo Jugendliche zum Beispiel mehr, in Anführungszeichen, Spaß haben wollen oder ein bisschen das Ganze lockerer angehen wollen, wohingegen dann sich die Älteren vielleicht eher denken, wo kommen wir denn hin, wenn wir jetzt alles mit so Leichtigkeit hinnehmen, dann ufert das ja ganz aus. Da sehe ich auch die Ängste. Ich glaube, da ist eben wichtig, mittlere Wege zu finden. Und was im Islam halt eben wichtig ist, wer gibt den Rahmen? Ja, der Koran und die Sunna gibt den Rahmen. Und manchmal sehen ältere Menschen manche Sachen tatsächlich sehr streng und haben einen strikten Rahmen, obwohl das vielleicht so gar nicht gegeben ist. Und da muss man nochmal genauer hinschauen, wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen quasi? Und da einfach nochmal neu anzusetzen und nicht einfach zu sagen, okay, bisher war es halt so, dann bleibt es auch so. Also ich meine jetzt nicht wegen der islamischen Tradition, sondern bei der Ausübungsform bin ich jetzt. Und da einfach, wie gesagt, immer ganz wichtig, also im muslimischen Gedanken ist der Gedankengut so folglich, nicht was ich als Kübra ist wichtig, sondern was gibt mir meine Religion als Rahmen her und was darf ich was nicht. Letzten Endes ist es natürlich meine Entscheidung, aber wenn ich mich als fromme Person orientieren möchte, dann sind diese zwei Quellen tatsächlich sehr, sehr ausstattgebend. Ich denke, vielleicht ist es auch wichtig, dass diese Gruppen sich öfter auch mal gegenüberstehen, also wenn sie denn dann beide da sind. Weil gehen wir mal davon aus, dass keine der Gruppen nur denkt und sagt, alles, was ihr vorschlagt und macht, ist doof, sondern vielleicht geht man mal einen Schritt zurück und sagt, okay, wir besuchen euch und ihr besucht uns. Oft gibt es ja die Möglichkeit von Jugendgottesdiensten oder so, aber dann auch den älteren Menschen oder denen, die vielleicht dieses Hausrecht für sich beanspruchen, gegenüber offen sein, weil ich würde auch nicht sagen, dass es in die Richtung perfekt läuft. Es gibt ja auch Altersdiskriminierung und so, das dürfen wir auch nicht ausklammern. Und dann auch zu sagen, okay, aber wir als jugendliche Menschen, ich schließe uns da jetzt mal noch mit ein, wir sind auch offen, euch zuzuhören und sagen auch nicht, ihr seid aber alle doof, weil ihr hört uns nicht zu, sondern es muss von beiden Seiten kommen und dass wir dann auch sagen, okay, aber warum ist es euch dann so wichtig, dass das immer so gemacht wird, wie es vielleicht immer schon war? Und warum wollt ihr zu bestimmten Dingen nichts irgendwie Ergänzendes dazu haben? Also auch da ein Verständnis aufzubringen. Und wenn man das versteht, und an dem Punkt bin ich noch nie gekommen, aber wenn es diese Möglichkeit gäbe, dann würde es ja vielleicht auch viel besser funktionieren. Und wenn jüngere Menschen das den Älteren gegenüber so zeigen könnten, dann würden die das bestimmt auch zurückzeigen. Und dann wäre es natürlich ein Ideal von was auch immer für einer Gemeinde, in dem beides stattfindet. Also von verschiedenen Menschen geleitete Gottesdienste oder Workshops oder was auch immer, an denen alle teilnehmen, damit es diesen Generationsaustausch einfach mehr gibt. Das Thema Sprache kann natürlich auch eine Barriere sein, ist im Judentum ja auch so, durch viele, viele russischsprachige Menschen. Aber ich glaube gar nicht so sehr, weil so doof das ist, aber wenn da ein Wille ist, ist da auch ein Weg. Hattest du damit schon zu tun, dass es Gesetzes gibt oder ältere Menschen gibt, bestimmte Traditionen gibt, bei denen du sagst, oh, da geht es mir nicht gut bei und ich muss das ändern? Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, als Jugendliche, so im Jugendzentrum, garantiert, aber rückblickend würde ich sagen, da waren wir auch dickköpfig. Also das muss man dann auch eingestehen und zu sagen, ja, aber ihr lasst uns nicht und ihr verbietet alles, aber das bringt ja auch nichts. Also es ist halt auch nicht zielführend, aber es ist natürlich auch schwierig, das jüngeren Menschen beizubringen. Und ich würde auch nicht die Älteren so sehr in Schutz nehmen, dem muss man das auch beibringen, aber es, also wisst ihr, wie ich meine, es müssen sich beide entgegenkommen, anders kann es nicht funktionieren. Und ich glaube, da ist dieses einen Schritt zurückgehen und Verständnis aufbringen mit Zuhören erstmal der wichtigste Schritt. Ich habe das Gefühl, dass in jetzt meinem Fall die Kirche der Ort ist, an dem alle unterschiedliche Gruppen ihr Recht einklagen. Also die Alten in Anführungsstrichen klagen ihrs ein und die Jungen klagen ihrs ein und die schwierigen Gefühle kommen auf, wenn sich plötzlich ein liebgewonnener Psalm oder ein Gebet eben nicht mehr genauso erklingt, wie es für die eigene Person oder Gruppe wichtig ist. Und genauso rum ist es für andere, vor allem für junge Menschen, manchmal echt schwierig, die an bestimmten Formulierungen oder Traditionen, Abläufen nicht mehr partizipieren können, weil es einfach fern vom Kennenlernen oder von ihrer Welt ist. Und gleichzeitig finde ich diese Fremde und diesen Raum aber so attraktiv, den für mich der Kirchraum auch hat. Und zwar fordert er dann doch wiederum alle Gruppen heraus aus ihrer Komfortzone in diesem festgesetzten Raum. Und das klingt jetzt und das ist es auch ein bisschen eine Kritik an so Wohnzimmerkirche zum Beispiel, weil sich die Menschen das dann häufig so bequem machen wie zu Hause in der Küche oder im Wohnzimmer, wie es für sie gut ist. Und deswegen finde ich den Kirchenraum, den Kirchraum, so attraktiv manchmal, weil er so anders ist als das Gewohnte und so anders ist, als eine bestimmte Gruppe für sich beansprucht zu sein. Aber genau, das führt ein bisschen zu weit. Eins möchte ich noch unbedingt wissen. Habt ihr junge, religiöse Vorbilder? Okay, große Fragezeichen. Kurze Kopf und Stille. Also, Lebende oder wie? Es ist egal, aber... Unser Thema ist jung. Jung und religiös. Also, ich kann eigentlich nur an meinem Beispiel von vorhin docken bei Ali, wo er im Jugendalter einfach so viel Solidarität, Loyalität und Religiosität und alles andere mit aufgezeigt hat. Oder auch Aisha, die Frau des Propheten, sie war auch so 17, 18 und war eine Dichterin, eine Gelehrtin auch. Und solche Beispiele sind für mich schon sehr prägend. Im 21. Jahrhundert gibt es da bestimmt auch Leute, aber die ich jetzt momentan leider nicht präsent habe. Ich liebe, dass du gesagt hast, Lebende. Das ist immer meine Rückfrage. Ich kenne nur Tod. Um Zeit zu schinden und dann zu denken. Ich beantworte mal ein bisschen eine andere Frage. Ist okay. Ist okay. Aber, weil einfach Vorbilder für mich, ich kann das nicht auf dann eine Altersgruppe irgendwie reduzieren, weil es einfach dadurch, dass es wenig jüdische Menschen gibt, umso weniger RabbinerInnen oder eben auch Frauen, die RabbinerInnen sind, ist es einfach so, dass fast alle, die ich bisher kennenlernen durfte, in irgendeiner Art und Weise Vorbild sind. Weil wenn ich RabbinerInnen in ihrer Arbeit sehe, dann gibt es immer Details, wo ich denke, das möchte ich mir gerne abgucken oder da will ich noch mal was nachfragen. Ah, das kann man so und so machen und versuche mir daraus so mein Rabbinat zu ziehen. Aber das ist dann Altersindividu, also ohne, ohne irgendeine Altersgruppe. Und wenn wir bei jungen, religiösen Menschen bleiben, dann würde ich es gerne beantworten und Judentum ausklammern, weil ich einfach es unglaublich faszinierend finde, junge Menschen, egal welcher Religion, in so Leadership-Rollen zu sehen, wo sie irgendwas, ob das jetzt Gebet oder auch was ganz anderes ist, anleiten und dabei aber auch so ihre Passion und ihre, also Begeisterung für das, was sie tun, rüberbringen können in ihre Ausstrahlung und die Leute so mitziehen können. Und dann sind die auf eine Art und Weise Vorbilder, auch wenn sie vielleicht oder wegen der prozentualen jüdischen Menschen, die es gibt, nicht jüdisch sind. Ich würde, ihr fragt mich nicht, aber ich sage es trotzdem, ist schon okay. Ich würde auch auf zwei Ebenen beantworten. Einerseits würde ich dir folgen, Leni, und sagen, ich erlebe so viele junge, religiöse Menschen auf Veranstaltungen oder im digitalen Raum, die mich faszinieren, die laut sind und progressiv und sich ihren Platz suchen und den einnehmen und Religion praktizieren und öffentlich praktizieren und das bewundere ich sehr. Da gibt es so zum Beispiel Coexister auch als interreligiöse eher Jugend, ist das eine Organisation oder ein Verein? Ein Verein. Ein Verein. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige und tolle Bewegung. Und ich würde, wenn ich jetzt auf meine Kirche gucke, glaube ich, Anna Nicole Heinrich sagen, denn sie ist Präses meiner Kirche und jüngste Präses in so einem hohen öffentlichen, auch repräsentativen Amt und das finde ich sehr bewundernswert, dass sie auf ihre Art und Weise jung und anders in Anführungsstrichen mit den gesetzten, traditionellen, älteren, weißen, kirchenleitenden Menschen da immer fröhlich in der Runde sitzt und wirklich junge Menschen an so vielen Momenten repräsentiert und sich für die einsetzt. Dann würde ich, glaube ich, sie nennen, obwohl ich auch mit diesem Begriff Vorbild hadere und das ein bisschen schwierig finde, vielleicht auch, weil ich meine ganz persönliche, schwierige Beziehung in meinem Leben zu diesem Wort habe, aber genau, dann würde ich, glaube ich, sie nennen. Du hast Präses gesagt? Was ist das? Präses, genau, eine, also ein Ehrenamt und ein Repräsentantinnenamt unserer Kirche. Sie sitzt in verschiedenen wichtigen Gremien auf deutschlandweiter Ebene der evangelischen Kirche, genau, und hat, glaube ich, zu Beginn ihrer Amtszeit so eine Tour gemacht durch Deutschland, ganz viele Menschen und Gruppen und Gemeinden besucht und immer, wenn sie sich äußert und wenn sie in so Gremien ist und bei Abstimmung ist, dann legt sie ein Veto und ein Votum ein für die jungen Menschen und das finde ich wichtig und sehr gut von ihr. Und so auch an euch, wir nehmen uns ja immer vor, dass wir auch jüngere Menschen und auch Jugendliche mit unserem Podcast erreichen und wir wissen das gar nicht so richtig, wie jung unsere HörerInnen sind, deswegen schreibt uns doch gerne, wie alt ihr seid und ob wir überhaupt eure Sprache sprechen, ob wir euch erreichen, denn wir vermuten, dass wir zum größten Teil auch Menschen erreichen, die in unserem Alter sind und dass das ja ein großes Missdenken ist eigentlich zu meinen, dass man immer auch jüngere Menschen erreichen könnte, denn ich glaube, dass junge Menschen auch junge Menschen brauchen und Orte brauchen, an denen es um sie geht und sie selbstwirksam sein können und selbstbestimmen können. Aber ich freue mich sehr, Leni, dass du uns noch zu den jungen Menschen zählst. Also yay! Here we are! Falls ihr noch Fragen habt an Leni, an ihrem Weg, Rabbinerin zu werden, wenn ihr folgen wollt auf Instagram, dann unter Leni Lafayette, Leni Lafayette, das war mein Versprecher am Ende, ihr dürft aber auch Fragen an Leni und an uns und an diese Folge per E-Mail stellen an an 331 podcast at host minus off minus one .org Vielen Dank, dass du unsere Special Gästin warst heute. Oh ja, danke für die Einladung. Das war richtig schön. Und an dieser Stelle grüßen wir natürlich alle drei ganz herzlich Rebecca und freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald! Tschüss! Tschüss! Tschüss!